Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal, hier soll ein Momentum machen wir sind mit Blattborn Jawohl, wir sind jetzt wieder hier Und wir trinken kein Bier, denn es geht weiter und diesmal leckt es nicht Ne, das ist gut, das ist, oh, was Warum hast du Angst? Vom Licht oder was? Oder von der Axt? Oder von meinem Dialekt? Vom was hast du Angst? Auf jeden Fall ist er tot So, probieren wir mal Oh, 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 das war ein bisschen blöd, ich wollte eigentlich diese Waffe Komm her Komm her Den will ich Haha, brenn in der Hölle Haha, brenn in der Hölle Brenn, brenn Ah, das ist, die Fackel ist irgendwie cool, ne? Ich muss schon sagen, die hat was So Aber wir haben ja auch eine kleine Handlampe Die ist natürlich auch gut, den holen wir sich auch noch das denn, nämlich Freeload Alter, das tut ihm schon weh, aufstehen tut er nicht mehr Hätte mich auch gewundert, ne? Hätte mich gewundert Ja, sehr schönes Ambiente, muss man schon sagen, sehr schönes Spiel vor allem Äh, ja, es... Ich kann's euch nur empfehlen, aber es ist halt... Playstation Exklusiv Na komm her Oh, du bist ein mieser kleiner Penner Der mag das Licht nicht so, ne? So, ich hab jetzt keine Ausdauer mehr, jetzt Alter, den holzt es wirklich um Ja, die sind zum Glück kein Problem Weg mit dir In die ewigen Jagdgründe Memento Mori ist am Start hier Eigentlich wollte ich so anmoderieren wie, weiß nicht, so Oh, du bist ein flinkes Kerlchen Wie in so einem Wrestlemania Ja, Ladies and Gentlemen I am broadly produced Oder irgendwie so ähnlich Äh, hier geht's runter Sollten wir das tun? Ah, YOLO LUM Blutsteinscherbe, ne? Hat sich schon mal ausgezahlt, aber ich weiß nicht, ob wir noch hochkommen Oh, hallo Ich war's nicht Das war ich Oh Hier ist was gestorben Aber an was? Seid ihr gestorben? Leute, an was seid ihr gestorben? Natürlich bin ich jetzt unten Ich weiß nicht, ob das jetzt so optimal ist Gegengift Okay, das heißt, wir brauchen demnächst auch ein Gegengift Okay, hab ich schon zum Glück ausgerüstet So, hier Ich hör' Trampeln Oh Alter, das war ein Penner Ja, und jetzt? Schießt die ganze Zeit auf mich, oder was? Ja, komm Ah, hier wär's auch runtergegangen Ja, das ist ja gut, dass wir diesen Weg gewählt haben So Äh, meine Handlampe Wie ihr seht, ich trage die Waffe zweihändig Sie gibt zwar nicht so viel Licht wie eine Fackel Aber immerhin Habe ich einen Kieselstein? Natürlich habe ich keinen Kieselstein Moment, Leute Moment Ich bin ja etwas unvorbereitet Muss man schon sagen Etwas unvorbereitet Jetzt holen wir sich den einfach her Lady Putsch Boah, ich war's nicht Alter, was war'n das? Hat er da gerade geschossen, oder was? Der schießt da wie ein Tier Weg mit dir Meine Axt Ist die beste So was Geistern sehen Ja, der ist da einfach rausgelaufen, ne? Und ist irgendwie gestorben, oder so? Ich weiß es nicht Oh Ich weiß es an was Ladies and Gentlemen Ich weiß jetzt an was Aber nicht mit uns Fuck Naja, immerhin Gegengift Da oben ist er Der Miese Gatling Penner Penner So, schießen nochmal Okay, weiter geht's Töck, töck, töck Oh Ich muss hier aus der Ecke ein bisschen raus Alter Komm her, du Miese kleine Ratte wollte ich schon fast sagen Rabe Blutsteinscherbe Okay, Leute Es geht los Es geht los Es geht los Da oben ist er Trifft mich Dürfte mich jetzt nicht treffen, ne? Irgendwo höre ich einen Gegner Oh, gibt's da was hinten? Ja, jetzt schauen wir nach Schauen wir nach Schauen wir nach Ja, es gab was Das war knapp Das war knapp Das war knapp So, in diesem Gebäude Kann uns, glaube ich Nichts passieren Oh Hinterhalt War ja klar So, noch einer Okay, das war's, glaube ich Uh Für unsere Waffe, glaube ich Mäßiger Brut Ebenstein, glaube ich, war's Die können wir, glaube ich, hinweisen Ah, komm Alter, du bist zu arm Aber du bist etwas schneller, ne? Naja, ich nehm's zurück Ich nehm's zurück So, da war ein Hinweis Hinter euch Oh Wirklich? Seriously? Weißt du das ernst? Hinweis Riecht nach Gegenstand Was war das für ein Schatten hier? Okay, keine Ahnung Ob das so Sein muss Oder so Es riecht nach E... Äh Okay Hier geht's nicht hoch, oder? Es riecht nach Gegenstand Wollte ich sagen Boah So, Leute Wir müssen jetzt da raus Und wo ist der Wahnsinnige? Der ist da um die Oh Er ist ja nicht weit weg, ne? Der Wahnsinnige 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 Proudly presents Memento Moris Hausparty Ihr wollt wirklich mal auf meiner Hausparty sein Macht zwar keine, aber Egal Meine Glöten sind rein Was denn das hier? Wat denn das? Ja, es ist Licht Oh Oder es ist meine Schönheit Die dich blindet Na komm Hat sie nun geholzt Noch was da draußen Irgendwie Nee Will noch was kommen Da ist irgendwas, ne? Keine Ahnung Was es war Aber ich Bring es um! Weg mit euch So Wenn das jetzt nicht irgendwie eine blöde Falle ist hier, aber Okay, ich bekomme hier wirklich gutes Zeug bei denen So, ich denke, ich muss hier rein Oder? Geht sie überhaupt rein? Natürlich nicht, ne? Natürlich Soll ja noch schwer sein Soll ja noch schwer sein Ich habe ich Oh! Alter, der Nervt! Schieß ihn ab, bitte! Schieß ihn ab Ah! Alter, der schießt lange hier Halt, ich muss auf meine Heilungen aufpassen Das ist nicht mehr normal So Hey, hey, hey! Was? Nichts hier außer Feuerwaffen Boah! Okay, ich muss immer schauen, dass ich irgendwie Äh, nicht gerade im Zielfeld von dem Typen bin Dann kann mir auch nichts passieren, ne? Hm Hm Wer ist denn das? Ist das mal Werde ich inversiert? Ist das ein Gegner? Alter, was macht der? Ich glaube, es ist ein NPC, ne? So blöde kann ja keiner sein, oder? Was machst du? Oh, ich denke es Wir werden hier Inversiert Alter, was Was willst du jetzt? Watsch Alter, willst du jetzt mit mir spielen, oder? Na komm Nimm es wie ein Mann Alter, du bist ein mieser kleiner Penner Was willst du von mir? Spring doch irgendwo runter Komm Vorsicht, Überfall Alter, jetzt habe ich den im Nacken Warum habe ich den im Nacken? Na komm her Komm her Komm doch her Und nimm es wie ein Mann Alter, du bist ein kleiner? Penner Na, Penner Glaubst? Check das Checkt es nicht, ne? Alter Nimm es wie ein Mann Du Penner Alter, was ist mit dir? Der will mich unbedingt da rauslocken, ne? Ne Penner Ja, und dann heilt er sich wahrscheinlich wieder Alter Alter, was Versau doch mir nicht das Let's Play Komm, Alter Glaubst? Komm danach Wäre er dumm, ne? Der wäre ziemlich dumm, wenn er da jetzt draufkommt Ist er dumm? Das weiß ich jetzt nicht, ob er dumm ist Da ist der Boss oben, ne? Hm Vielleicht sollten wir einfach mal unsere Glocke läuten Wo ist sie denn? Ah, 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 ah Wo ist er denn? Vielleicht ist ihm zu langweilig geworden? Äh, ich denke mal, da oben ist ein Boss Ich denke mal, wir müssen zu ihm raufschauen Schauen wir einfach mal, oder? Der eine lasst uns jetzt eh in Ruhe Deswegen hoffe ich, dass hier irgendwie Äh, ja Aber ich habe es im Urin Wir kommen gleich zum Boss da oben, oder? Ich bin ganz gut Ich bin ganz gut Ich bin ganz gut Da ist einer runtergeflogen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rauf, oder? Was haben wir zu verlieren, außer 4200? Ja, zählen und ob ich es schaffe oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, ja, ich weiß, ich bin ein Arschloch, aber ihr habt einen Grund, wieder dabei zu sein. Euer Momentumari, danke fürs Zusehen, ciao, ciao.